Also, oh, hätten Sie eine Zigarette für mich? Oh, das verstehe ich gern, natürlich. Ja. Tja, ich möchte meinen Vertrag kündigen. Tja, aber das überrascht mich einigermaßen. Wie kommt denn das so plötzlich? Ach, so plötzlich kommt das gar nicht. Wissen Sie, das läuft schon längere Zeit. Vor ein paar Monaten habe ich von einer namhaften deutschen Firma ein interessantes Angebot bekommen. Ich möchte gern wieder nach Hause zurück und habe deshalb angenommen. Mhm. Und dieses Angebot, ist das der einzige Grund für Ihre Kündigung? Aber natürlich. Sie müssen verstehen, ich kann mich da enorm verbessern. Das freut mich für Sie. Und wann hatten Sie die Absicht zu gehen? Ich hoffe doch nicht gleich, von heute auf morgen. Doch. Es tut mir leid, aber es geht nicht anders. Ich muss nächste Woche schon drüben sein. Wie Sie wünschen. Ich bedauere das. Ich verliere Sie ungern. Sie werden uns sehr fehlen hier in unserem Institut. Ich bedauere Sieg. Ich bedauere Sieg. Untertitelung des ZDF, 2020